Warum ist Bälle werfen kein Spiel? Das ist wirklich ein großes Missverständnis, weil ich sehe sehr häufig Leute, die mit ihren Hunden spielen wollen, die Bälle werfen und dann eine Zeit später zu mir in die Hundeschule kommen und sagen, naja, mein Hund interessiert sich für nichts mehr, er interessiert sich nur noch für den Ball. Bälle spielen veranlasst Hunde dazu, schnellen Bewegungsreizen hinterher zu gehen. Und wann machen das Hunde normalerweise? Eben nicht, wenn sie spielen, sondern wenn sie jagen.